Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemaier, Paartherapeut, Psychotherapeut und nächstes Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das schöne Thema Wut. Also ich bin wütend auf meinen Partner, ich bin wütend auf meinen Ex. Also ich persönlich finde das ein hochspannendes Thema, weil, also erstmal ist Wut eng verknüpft mit dem Schmerzkörper. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass eigentlich also ein großer Teil an Problemen in Beziehungen, also jetzt auch, ich gehe nicht nur in Liebesbeziehungen, entsteht aus Wut. Also jetzt ist Wut an sich erstmal, also keine Emotion ist an sich schlecht. Ich meine, wir sind hier Menschen, also offensichtlich hat uns irgendjemand diese ganzen Emotionen mitgegeben und jede Emotion hat natürlich einen sogenannten Informationswert. Und der Informationswert von Wut ist Abgrenzung. Also in der Psychotherapie sagt man immer gern, ja, unwächtige Wut in angemessene Selbstabgrenzung transformieren. Das heißt, das ist eigentlich schon super gesagt. Also es gibt, ja, es gibt irgendwas, was mich wütend macht und das soll mir eigentlich zeigen, dass ich mich an irgendeiner Stelle nicht genügend abgegrenzt habe oder Sachen toleriert habe, die ich nicht tolerieren wollte oder, oder dass mein inneres Kind zum Beispiel meint, mein Partner müsste irgendwas machen, er macht es aber nicht. Oder dass mein Ego meint, der Partner müsste irgendwas machen für mich tun, macht es aber nicht. Und ich bin der Meinung, das muss aber. Und Wut entsteht eben viel aus Verletzung auch. Also ich fühle mich verletzt von jemandem und habe dann, das ist eigentlich die gefährlichste Wut für mich, habe dann diese Wut zurückzuschlagen. Also ich meine, also real, es ist ja immer so, welche, es gibt halt keine richtige Realität in Beziehungen. Also ich meine, Partner, irgendein Partner hat mir dies und jenes getan, was vielleicht für andere von außen völlig absurd scheint, aber in meinem Weltbild hat mir dieser Partner irgendwas getan. Und ich meine dann, also irgendwie Satisfaktion haben zu müssen und zurückzuschlagen. Und ja, also da scheint mir die, ja die Basis zu sein für wirklich viele blöde Sachen. Weil natürlich dann, also ich bin wütend, ich schlage zurück irgendwie und dann ist der andere verletzt, dann ist der wütend, dann schlägt der zurück und das Spiel kann man natürlich endlos weiterspielen, sag ich mal so. Also, ja, jetzt ist natürlich erstmal nicht per se Wut an sich, irgendwie wie gesagt, das muss man ganz klar sagen, es ist nicht Wut an sich, was irgendwie ein Problem ist, sondern, also wie gehen wir um mit Wut so, ne? Wie gesagt, ich kann Wut wahrnehmen und diesen Informationswert der Wut, und, ah, da ist irgendwas passiert, ich muss mich vielleicht abgrenzen, ich muss mal für mich einstehen, ich hab, ähm, dies oder jenes, äh, verletzt mich sehr, das kann ich kommunizieren, irgendwie. Ähm, also, das ist alles, okay, ne? Und Wut ist eben auch häufig im Ego und auch das Ego ist nichts Schlechtes, also insbesondere, wenn wir uns verletzt fühlen oder, äh, oder, ja, uns vermeintlich real jemand wirklich, äh, was angetan hat, natürlich, darf, also, das ist ein guter Moment fürs Ego, das Ego hat ja eine Schutzfunktion, wo das Ego sagen kann, hey, stopp, hier ist jetzt aber mal echt eine Grenze, so geht's nicht irgendwie. Ähm, das darf, äh, natürlich alles sein, also in angemessener Weise soll es auch so sein, irgendwie, also, das, dafür ist das Ego da, irgendwie, ne? Das, das ist, äh, alles in Ordnung, aber, wenn ich jetzt aus, aus, äh, Schmerzkörper, Kränkung, äh, ich weiß nicht was, und jeder Mensch ist an einer anderen Schwelle gekränkt, manche sind, äh, wirklich, andere haben eine ganz hohe Kränkschwelle, andere eine ganz niedere, je nach, äh, wie gesagt, das ist immer inneres Kind, Ego, je nach Kindheitserfahrung und Charakter, ich weiß nicht was, ähm, ja, und meine dann, jemand hat mich so verletzt, und wenn ich dann meine, ich müsste dann zurückhauen, ja, dann entstehen halt Inbeziehungen, diese super ätzenden Streits, wo Leute sich nur noch anschreien und, äh, sagen, du, äh, äh, was weiß ich, so und so, nein, du so und so, und du bist so und so, und eher Schimpfwörter, äh, an den Hals knallen, ähm, ja, und, ja, das ist natürlich keine Kommunikation so, ne, das ist irgendwie, das schafft natürlich wieder neue Verletzungen, und das ist so ein ewiger Kreislauf, den man ja auch, also nicht nur Beziehungen sieht, sondern den sehen wir ja auch hervorragend, äh, in der Politik, in irgendeinem internationalen Konflikt, der schon seit Jahrzehnten besteht, äh, der, ja, der läuft eigentlich nach diesem Muster ab, sagen wir mal so, ne, und, ähm, da wollen wir ja vielleicht von weg, und insofern, ähm, aber ich wollte nochmal eine Schleife ziehen, wie ist das denn mit der Wut im Pluspol oder im Minuspol? Also, ich finde, dass beide können extrem wütend sein, also ein Pluspol kann extrem wütend sein, wenn er meint, er hätte jetzt ganz viel reingegeben in die Beziehung und hat sozusagen so ein Konto aufgemacht und dieses Konto, äh, also ich habe jetzt so und so viel reingegeben und jetzt erwarte ich aber auch so und so viel raus. Das hat der andere aber gar nicht, der weiß das gar nicht, ist gar nicht kommuniziert worden, so, und dann kriegt er das nicht raus und dann entsteht irgendwie eine riesen Wut, ne, wie kann er das alles so nehmen, ich habe mir jetzt dies gegeben, das gegeben, also da entsteht eine Wut, aber mal ehrlich, im Minuspol, ich glaube, dass viele diese gruseligen Sachen, die man, äh, die ihr oder andere, oder, äh, die man erlebt, mit einem Minuspol, auch einem krassen Minuspol oder meinetwegen auch mit jemandem, der, äh, irgendwelche Tendenzen hat, in irgendeine Richtung, ähm, also, ähm, gelabelt wird als narzisstisch, ich weiß nicht was, aber wie gesagt, es ist, ah, da komme ich gleich noch zu, also Minuspol ist, glaube ich, der Grund, warum so viele krasse Sachen passieren, ist nicht, dass sie so traurig sind, also ich weiß, sind die innen drin traurig, also sind sie bestimmt traurig, aber da haben sie gar keinen Zugang zu, sondern es ist diese, dass sie dieses krasse, wütende, rebellische, innere Kind haben, äh, was dann denkt, wie, was, der andere spielt nicht nach meinem Regeln, so, jetzt zeige ich es ihm auch mal so richtig und jetzt, äh, kriegt er mal so die volle, jetzt zeige ich ihm mal, wie scheiße er ist und jetzt, jetzt spielen wir mal Spielchen hier und jetzt gehe ich nicht ans Telefon und es ist so eine, ähm, krasse Wut, glaube ich, die, äh, unnatürlich immer wieder, aber das ist ein anderes Video, die sie sich schützen wollen, das führt auch zu ganz viel Toxizität, glaube ich, aber heute mal, es ist auch wirklich häufig im Minusbau so eine total krasse Wut, ja, und, gut, die Wut, die wir aussenden, die soll natürlich andere treffen, aber mal ganz ehrlich, wen trifft die Wut letztlich, die wir aussenden, also die unangemessene Wut, ja, das kommt zu uns zurück, genauso wie Liebe zu uns zurückkommen, kommt Wut zu uns zurück, also es ist, ähm, bringt uns nicht wirklich weiter, sag ich jetzt mal ohne Bewertung, ähm, aber, ja, und, also da, wenn du wirklich aus toxischen Kreisläufen dich lösen willst, oder dieses Thema so ein bisschen hinterlassen willst, ist es wirklich gut, auch mal, egal ob ein Pluspol, ein Minuspol, zu gucken, wo bin ich wütend, und, ob ich jetzt so recht oder nicht so recht, spielt überhaupt keine Rolle, du bist wütend, und wie gehe ich mit dieser Wut um, also will ich dem anderen dann schaden, will ich es dir mal so richtig zeigen, dann, ja, bleibst du weiter im toxischen, was, Swimmingpool, schwimmst du da weiter, deine Bahn hin und her, ne, oder sag ich dem anderen, hey, so geht's nicht, ich finde das nicht in Ordnung, und bleib aber, ähm, sozusagen, ja, erlaube mich zu distanzieren, oder eine andere Meinung zu haben, oder auch, mal Grenzen so richtig, klar zu ziehen, durchzusetzen, gegebenenfalls, aber bleibe cool, entspannt, denk mir, der andere weiß es nicht besser, ähm, was soll ich mich jetzt aufregen, bringt nichts, äh, wir haben alle eine lichtvolle Seele, keine Ahnung, äh, aber bleib in einer ganz klaren Abgrenzung, was meiner Ansicht nach die bessere Lösung, also das heißt besser, aber die friedvollere Lösung ist, und zumindest besser, fürs eigene Herz, sag ich mal, als, ähm, ja, was weiß ich, wie im Mittelalter, oder ne, was weiß ich, wann das war, äh, 1700, so und so, sich zu duellieren, sozusagen, ja, du hast mir das und das angetan, du hast meine Freundin schief angeguckt, wir duellieren uns, und dann, und dann, ich fordere Satisfaktion, und dann wird der andere erschossen, oder du selbst wirst erschossen, ja, geile Sache, cooles, ähm, wenn man schon immer auf Swirl steht, wie gesagt, äh, dann ist das natürlich ne, äh, also ich bleib jetzt nur auf der metaphorischen Ebene, ähm, kann man sich natürlich gegenseitig bekriegen, aber, ähm, das ist vielleicht, ähm, vielleicht ne Sache, aus der wir hier so langsam mal aussteigen wollen, weil dieses, wie gesagt, hab ich ja schon öfter mehrere Videos drüber gemacht, diese Täter-Opfer-Beziehung, die nerven natürlich, also ich persönlich finde, die nerven jetzt irgendwann, das haben wir jetzt hunderte, tausende Jahre gemacht, es nervt, und vielleicht, ähm, möchten wir ja mal andere Sachen explorieren, mehr liebevollere Seite von Beziehung, also, wenn du wütend bist, guck wirklich, ähm, erst mal welcher Teil, würd ihr mal gucken, ist es rebellisches, inneres Kind, kannst du ja auch mit Modul 1 mal angucken, oder Modul 4 ist auch ganz gut, ach so, heute hab ich auch nochmal dieser Code für, ähm, die, äh, die Spiritualität und meinst geiles Leben, dieser Neu 2020, dieser krasse Kurs, wo der Kurs praktisch, fast nur die Hälfte kostet, den lasse ich heute nochmal einmal drin, ähm, aber genau, zurück dazu, ähm, ist es sein rebellisches, inneres Kind, ist es, äh, Wut auf Papi, auf Mami, oder ist es dein Ego, was einfach kotzt irgendwie, weil du, ja, weil jemand nicht, das macht, was du gerne möchtest, oder weil deine Fantasien nicht erfüllt werden, in der Beziehung, äh, oder, 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 ne, ähm, super, spannendes Thema, also wie gehst du damit um, wie schießt du einfach zurück, du sagst so, ah, ich bin getroffen, und, so, ne, oder, also, metaphorisch, äh, oder, ähm, sagst so, hey, es ist nicht besser, wenn wir alle irgendwo, ähm, versuchen, im Frieden zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, und, ähm, ja, irgendwo, ja, bessere Beziehungen zu stärken, und, äh, Toxizität in uns, und in unseren Beziehungen abzubauen, so, ne, aber muss jeder für sich entscheiden, so, ähm, also, das ist halt, immer so ein Problem, wenn wir, gegen, 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 und nicht miteinander, so, ne, und, es ist halt immer noch viel, auch wenn man so, also, klar, jetzt, mit Corona hatten wir natürlich so ein bisschen, äh, mehr miteinander, und, wir haben keine Ahnung, wir haben gerade das Gefühl, das geht wieder so ein bisschen zurück, das geht wieder so ein bisschen, ne, irgendwie, ähm, aber, ja, keine Ahnung, großen Weltüberblick habe ich auch nicht, aber, ähm, es geht wieder los, dieses so ein bisschen, äh, ne, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin dafür, ich bin dagegen, hm, ähm, und da finde ich, also, muss ich nochmal kurz den Dreh machen zum Kurs, Spirituality, um ein geiles Leben, weil ich da so ein bisschen, auslege, zumindest aus meiner Sicht, wie kann das sein, dass, also, wie kann ich jenseits von, äh, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin wütend auf Menschen, ich bin traurig über Menschen, wie kann ich für mich Verantwortung übernehmen, und gucken, okay, wie möchte ich mir ein nice geiles Leben erschaffen, natürlich, mit Ups, also, kriegt man vielleicht nicht immer hin, äh, eine Sache, die man vielleicht auch üben muss, auch länger üben muss, wie alles im Leben, ähm, aber, ja, wie, wie kann ich da meinen Weg finden, äh, wie kann ich mich mit meiner Quelle verbinden, ohne immer, dass andere funktionieren müssen, so, dass andere so sind, wie ich es gern hätte, und wenn sie es nicht sind, dann flippt mein Ego völlig aus, irgendwie, so, gut, hoffe, es war verständlich, freue mich über Kommentare, und, ähm, bitte abonniert meinen Kanal, ich fühle es endlich über diese, verdammten 20.000, was ist, äh, fehlen jetzt noch, weiß ich nicht, noch 80 oder so, äh, empfiehlt meine Arbeit gern weiter, ähm, werdet Mitglied in meinem Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt euch die Kurse an, und wir werden uns bald wiedersehen. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020